Ja, ein WIR 2020 Mitglied hat ein Thesenpapier, ein Kurzprogramm erbeten für die parteiinterne Vorstellung, weil man natürlich Interesse hat, die 56% Wählerpotenzial zu erreichen durch eine Korrektur des bisher dafür noch nicht ausreichenden Wahlprogrammes. Ja, so, dann schauen wir uns doch mal dieses Kurzprogramm an. So, hier Thesenpapier, Weltrat, Next Scientist for Future, bekannt vom Corona-Ausschuss, Kai Stutt, Creative Caravan und so weiter. Wie als Partei 56% erreichen durch Zusammenarbeit mit den Next Scientist? Kurzprogramm. Die Next Scientist for Future werden der Partei helfen, Deutschland in allen Bereichen so zu reformieren, dass Gutes tun endlich systematisch belohnt wird durch gezielt gesetzte positive Anreize, PAs, basierend auf allgemeinen und speziellen Messgrößen. Das wird uns eben das Problem lösen, das Problem auch lösen durch die Anwendung der Formel Vorteilbringende Irrtümer aussterben lassen, durch positive Anreize werden wir also auch wirklich alles Schlechtes tun aussterben lassen. Es geht um das Aussterben lassen, das Schlechtes tun, denn das kostet uns finanziell ein Vermögen, kostet uns Gesundheit, Wohlfühlen und Langlebigkeit. Aber bitte erstmal hier unten rechts schneller drehen an dem rundlichen Ding, weil ich ja so langsam rede. Seit langer Zeit hofft und wartet die Menschheit darauf, dass endlich Schlechtes tun aufhört. Aber leider wurde Schlechtes tun bisher durch Fehlanreize überall im System belohnt und konnte deshalb nicht aufhören. Endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er mir hilft, dass ich durch Immunabwehrstärkung nie Krebs oder Herzinfarkt bekomme. Regiert die Partei mit, z.B. bei der Bundestagswahl oder im Land, werden in Zusammenarbeit mit den Next Scientists endlich Impf-, Pharma- und Medizinkonzerne und alles Personal des Gesundheitswesens gezielt und gekonnt dafür belohnt, dass sie uns durch kostenloses Freizeitkursangebot helfen, möglichst nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter zu bekommen. Und sie werden eben nicht mehr belohnt, wie bisher für den Verkauf möglichst vieler Impfungen, Tests, Masken, Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen und so weiter. Alle Fachleute erhalten Zugang zu Krankenkassengeldern, aber Scharlatane aus Schulmedizin und alternativen Heilen fliegen anhand ihrer Gesundheitswirkungsdaten auf, landen in den Ranglisten ganz hinten und die Versicherten werden abwandern zu den guten Gesundheitsförderern. Die Konzerne werden nur noch belohnt für die nachweisliche Steigerung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit bei ihren Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern und nicht mehr für das Beeinflussen der Politik. Nicht mehr Konzerne regieren Deutschland, sondern die WählerInnen durch zum Beispiel ca. alle drei Monate ein Volksentscheid, Vorwahlen, Mini-Volksentscheide und Wohlfühlstimmen als die neuen Wahlstimmen. Die Sozialsparten werden nur noch belohnt für das Kleinerwerden der Zahlen an Arbeitslosen, Obdachlosen und Sozialfällen und nicht wie bisher für das bloße, gewinnbringende Verwöhnen und Verwalten von ständig wachsenden Armeen von Sozialfällen. Die sparte innere Sicherheit, Polizeigerichte, Staats- und Rechtsanwälte wird zukünftig nur noch belohnt für das Lenken früherer Täter auf einen legalen, anständigen Lebensweg. Die schmarotzerischen NGOs, nicht Regierungsorganisationen, den schmarotzerischen NGOs wird nicht mehr gestattet aus Profitgier als Manipulatoren in alles Mögliche wie die Tiere, die Weltbevölkerung, die Natur, die Erde und so weiter über die Menschen vor Ort unsere WählerInnen zu stellen und durch solche Manipulationen Spenden aus den Geldbeuteln der WählerInnen zu erschleichen. So viel Naturschutz, Erdschutz, Tierschutz, wie unseren WählerInnen guttut, deren Wohlfühlen messbar steigert, aber nicht mehr. Unsere WählerInnen wollen nicht die ganze Welt retten, sondern dass man sie selber rettet. Dadurch, dass auf diese Weise das für uns alle unendlich Teure Schlechtes tun, aufhört, wird jeder Wähler auf Dauer pro Jahr ca. 8000 Euro mehr im Geldbeutel haben. Ja, soweit zu diesem Papier. So, jetzt zu den Kurznachrichten dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute und da haben wir ein ziemlich umfangreiches Programm. Da wird es eben auch sehr intensiv gehen um das Manipulative, was ja jetzt in diesem kurzen Programm auch schon angesprochen war. Also die Naturwissenschaft hat im Gegensatz zu all den Manipulateuren, die ihnen alles Mögliche über Menschen erzählen und die sie überall in die Irre führen und dazu bringen, sozusagen, dass sie irgendwelche Manipulationen glauben darüber, was der Mensch sei. Schluck Wasser. Die Naturwissenschaft in Form von Weltrad und NextScientistForFuture.de, die die Spitze der Naturwissenschaften darstellen, hat entdeckt, der Mensch ist in Wirklichkeit eine Art Biomaschine, die nach Ressourcen hinstrebt. Im Prinzip ist nichts anders geworden beim Menschen als beim Einzeller, der ein wenig Elektrik hat, das ist der Vorläufer unseres Gehirnes, ein bisschen Steuerungselektrik hat und wodurch der Einzeller sich darauf hingesteuert wird und sich darauf hin steuert, irgendwo was Aufnehmbares, Fressbares zu finden und dann nimmt er das auf und fertig ist der Lack. Das ist, genau so ist der Mensch. All das Primborium, was wir so haben, dass wir uns als Persönlichkeiten erleben, als Personen und alles Mögliche und das Ganze, viele Gerede am Ende hat, hat alles nur ein einziges Ziel, an Ressourcen ranzukommen. Ressourcen ranzukommen, das sind zum Beispiel gute Gene in den Eizellen oder Samenzellen unserer Sexpartner. Und auch die Kooperativität, dass wir programmiert sind, mit anderen zusammenzuarbeiten und ein Team zu bilden, eventuell sogar in Kommunen, in den sogenannten urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunen, in denen wir höchstwahrscheinlich vor 400.000 Jahren zusammengelebt haben, als noch die Welt in Ordnung war. Diese Kooperativität hat auch nur ein Ziel, dass wir uns gegenseitig schützen vor Ressourcenverlust, indem wir entweder getötet werden oder sozusagen irgendwie sonst bedroht werden. Denn Kooperativität bedeutet eben hohe Sicherheit vorm Aussterben und hoher Zugang zu Ressourcen, zu Nahrung. Zusammenarbeit ist einfach besser als jeder alleine. Und die Lustmöglichkeit Sexualität, die steuert uns hin zu diesem kooperativen Verhalten, mit wem man Liebe gemacht hat, den liebt man leichter und mit dem kooperiert man besser. Und außerdem kommt man ab und zu durch diese Sexualität auch an die guten Gene der besten Männer und Frauen heran, die sich in den Eizellen und den Samenzellen befinden. Das sind nichts anderes als Ressourcen. Hören Sie auf, sich manipulieren zu lassen von all den Träumereien und den Irrtümern und den für viele Vorteil bringenden Irrtümern, mit denen man versucht, sie im Sinne von parasitären Memen oder Killerviren des Geistes versucht, ihr Gehirn zu manipulieren und sie denken zu lassen, müssen der Menschen sein, irgendetwas anderes als solche Biomaschinen. Die Soziologie müssen wir verstehen als Einschleuserfach der vorteilbringenden Irrtümer, der Sozialspatler in die Welt der Universitäten. Und das ist voll gelungen. Also die Soziologie ist, glaube ich, die größte Pest. Ich habe hier selbst auch teilweise Soziologie studiert und war entsetzt über so viel Weltfremdheit und Unrealistisches und dass das an den Universitäten gelehrt werden darf, eine solche Weltfremdheit und Anti-Naturwissenschaftlichkeit. Naja, ist ganz klar, das ist sozusagen die Soziologie und ähnliche Fächer sind sozusagen das Einschleuserfach, das Einfallstor für die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspatler, die letztendlich an Ressourcen wollen. Und Ressourcen kriegen sie am meisten, wenn sie die Armeen oder das Heer der Sozialfälle vergrößern. Sozialfälle kann man vergrößern, das Heer der Sozialfälle kann man, der Kundschaft kann man vergrößern, indem man dafür sorgt, dass die Sozialfälle möglichst viele Kinder bekommen. Und das nicht mit böser Absicht, sondern nicht bewusst, sondern Gehirne sind einfach so, Lebewesen sind so. Da werden einfach Irrtümer sozusagen kommen auf, denn nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion ist Irren genauso menschlich, wie das Wahrheit finden. Und wenn dann ein Irrtum sich als vorteilbringender Irrtum erweist, breitet er sich aus und vermehrt sich mit dem Erfolg der jeweiligen zum Beispiel Sozialspatler. Das heißt also, schauen wir es uns an. So. Also. Menschen in schlechten Systemen, also in schlechten Gesellschaftssystemen, breiten sich eben auch, breitet sich der antikooperative Anteil aus, das, was wir Schlechtes tun genannt haben. Also Schlechtes tun breitet sich aus und wird zum gewaltigen antikooperativen Anteil. Da ist es dann völlig egal, ob der Mensch kriminell lügt und so antikooperativ handelt oder ob er sich nur irrt und dabei das gute Selbstbild behält. Sozusagen ich bin ein Gutmensch und ich will den Leuten nur Gutes tun, aber aufgrund der Irrtümer, der vorteilbringenden Irrtümer, handelt er im Prinzip aber identisch wie der, der kriminell, wie der kriminelle Lügner. Ja, da ist kein Unterschied. Nur im Selbstbild ist ein Unterschied. Und die meisten Menschen haben halt gerne das Selbstbild, ich bin ein Gutmensch. Und dann folgen sie halt ihren Irrtümern und handeln aber im Prinzip genauso wie der kriminelle Lügner, nämlich antikooperativ und tun Schlechtes, denken aber sie täten Gutes. Und in der Situation befindet sich ja die Menschheit ständig. Und denn es ist einfach so, wer als Sozialspartler sozusagen dafür sorgt, dass möglichst viele Sozialfälle möglichst viele Kinder bekommen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit auch wieder Sozialfälle werden, dadurch können dann diese Sozialspartler eben selber hier ein Kind, drei Enkels, vier Urenkel ernähren und werden die Vorfahren der heutigen Sozialspartler und finden dann auch Schüler, die hier nach einigen Generationen eine Universität aufmachen. Und da wird dann Soziologie unterrichtet und Sozialwesen und alle möglichen Sozialberufe, in denen die Sozialspartler die üblichen vorteilbringenden Irrtümer gelehrt bekommen, die dazu führen, dass sie eben alles dafür tun, dass die Sozialfälle möglichst viele Kinder bekommen und dadurch mehr Kundschaft entsteht, dass die sozusagen die Sozialfälle immer mehr werden, weil man sie aus aller Welt hereinholt und sie dann betreut und so sich Kundschaft verschafft. Also das heißt, dass man sich wehrt mit allen manipulativen Kräften, mit allen parasitären Memen und Killerviren des Geistes, die in die Bevölkerung hinein gepresst werden, sozusagen wehrt man sich gegen ein sinnvolles Einwanderungsgesetz und eine gesinnvolle Reformierung des Asylgesetzes und der Asylgesetzgebung und hängt Plakate in die Fenster wie, wir haben Platz, als ob wir die ganze Welt retten könnten. Und diese, ja, letztendlich, plädieren auch die Sozialspartler vehement für Mindestlohn und Tariflöhne und Gewerkschaften als angeblicher Satz soziale Politik. In Wirklichkeit handelt es sich um eine nicht-linke, nicht-soziale, pseudo-soziale Politik, wie Professor Hans-Werner Sinn als ehemaliger 68er hat das ganz realistisch aufgezeigt. Mindestlöhne garantieren Massenarbeitslosigkeit, genauso wie Tariflöhne will ich ergänzen. Und das heißt, das ist pseudo-soziale Politik, so erzeugen sich die Sozialspartler mit ihren Irrtümern als Biomaschinen, die sich Ressourcen verschaffen. So erhalten sie sich eine riesige Armeen an Kundschaft, anhand derer sie immer mehr Karriere machen können, immer mehr befördert werden können, immer mehr höhere Gehälter bekommen können und so weiter. Und dass sie tatsächlich selbst als Biomaschinen das Problem sich selbst vergrößern, damit sie davon profitieren können, das merken wir Bürger gar nicht, weil wir so durchmanipuliert werden von diesen Manipulationskräften. Ja, also die Biomaschinen operieren hin zu den Ressourcen und das kann man nicht ändern, das kann man nur ändern, indem man ganz starke positive Anreize setzt und die diese Biomaschinen wieder auf den rechten Weg führt. Und dadurch sterben dann auch die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme und so weiter, diese Killerviren des Geistes aus, mit denen sie uns alle manipuliert haben. Das einen vorteilbringende Irrtum ist das andere parasitäres Meme bzw. Killer-Virus des Geistes. Also was für die Sozialspadler ein vorteilbringender Irrtum ist, ist für uns ein uns parasitierendes Meme, das uns manipuliert, dass wir im Prinzip die Dienstmärkte der Sozialspadler werden. Ja, die vorteilbringenden Irrtümer des Sozialspadlers, ja, einer ihrer zentralen Irrtümer ist auch, alle Menschen sind gleich. Das haben wir jetzt an den vielen Talkshows gesehen, dass wir eigentlich zum Glück keine Rechtsradikalen als Gegner haben, aber immer die Linksradikalen als Gegner haben. Und dazu gehört das, was die, also die Linksradikalen sind infiziert von den parasitären Meme, die ihren Ursprung in den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialspadler haben. Und dazu gehört eben auch der Irrtum, Alle Menschen sind gleich. Über die Soziologie sind die dann solche Irrtümer als parasitäre Meme und Killerviren des Geistes in die Gehirne der Massen gedrungen. Ja, also auch dieser Professor, der letztens in der Talkshow zu Gast war, war infiziert über die Soziologie, die war infiziert worden mit der Vorstellung, dass alle Menschen gleich seien, dass das hier, was hier naturwissenschaftlich als absolut bewiesen feststeht, dass alle Menschen verschieden sind. Die einen sind 2,30 Meter groß, genetisch bedingt, großenteils natürlich spielt die Ernährung und die Umwelt eine gewisse kleine Rolle dabei, aber kein vernünftiger Mensch auf der Erde, der ein bisschen Naturwissenschaft studiert hat, glaubt, dass jemand, der 2,35 groß ist, das nicht hauptsächlich wegen seiner Gene ist. Natürlich kann man die Größe auch vergrößern, indem sie jetzt Kuhmilchmast machen und den Kindern viel Kuhmilch geben, dann werden die ein paar Zentimeter größer. Aber die 2,35 Meter beruhen zum größten Teil auf einer genetischen Variation, also auf einer genetischen Mutation. Das ist einfach eine Mutante, ein 2,35 Meter Mensch. Und ein 1,35 Meter Mensch ist halt eine andere genetische Mutante. Und genauso ist es auch, dass manche Menschen als Erwachsene 2-Liter-Gehirne haben und manche nur 1-Liter-Gehirn. Und es ist naturwissenschaftlich absolut bewiesen, dass die Evolution immer nur große Gehirne erzeugt, wenn denen der Last, ein Kilo mehr zu tragen, auch ein großer Nutzen gegenübersteht, nämlich größere Klugheit, größere Cleverness, größere Bauernschleue, größere Raffiniertheit, auch darin, kranke Systeme auszunutzen. Also viele sozusagen Milliardäre hatten die richtige Bauernschleue, aber das gehört eben auch mit zur Intelligenz, die richtige Bauernschleue, teuflische schlechte Systeme, die wir Menschen zugelassen haben, auszunutzen. Und andere mit 1-Liter-Gehirnen, die sind kaum arbeitsfähig, weil sie so dumm sind, dass sie eigentlich keinen Nutzen für die Gesellschaft entfalten, sondern nur einen Schaden. Und in der Natur ist es ein Naturgesetz. Und wir verstoßen im Moment gegen alle Naturgesetze. Schluck Wasser. In der Natur ist es ein Naturgesetz. Jede Art hat Mechanismen, die dafür sorgen, dass nur die Fähigsten die Kinder bekommen und nur ganz selten die unfähigen Kinder bekommen. Denn nur wenn die Fähigsten einer Art die Kinder bekommen oder eines Staates, nur dann wird der Staat in Zukunft oder die Art in Zukunft auch noch vorne mit dabei sein. Wenn man eine gewisse Zeit lang hier die Unfähigen, die Kinder bekommen lässt, dann wird diese Art, so sicher wie das Arme in der Kirche ist, von Aussterben bedroht sein, genauso wie der Staat vor dem Untergang als neues römisches Reich bedroht sein wird. Aber eben das ist genau der Punkt. Die Sozialspartler durch Seuchen über die Soziologie führen eine geistige Verseuchung durch und diese geistige Verseuchung der Bevölkerung durch diese Killerviren des Geistes oder parasitären Meme hat ihren zentralen Ursprung in den vorteilbringenden Irrtümern von der Gleichheit aller Menschen und Neugeborenen. Der Sozialspartler. Dieser vorteilbringende Irrtüm ist für die Sozialspartler das Kundenmehrungsinstrument schlechthin. Wenn die Menschen irrtümlich glauben, dass alle Neugeborenen, alle kleinen Kinder Genies seien und genetisch gar keine Unterschiede in den Gehirnleistungsfähigkeiten der Kinder von Genetik an sozusagen vorliegen, ja, dann ist es doch egal. Dann ist es doch egal, wer die Kinder bekommt. Dann können doch auch die ganzen Sozialschwachen zuständig werden fürs Kinderkriegen und die Karrierefrauen verzichten aufs Kinderkriegen und dann ist es doch egal, wen man aus aller Welt hineinholt. Dann braucht man doch kein Einwanderungsgesetz und man braucht doch kein neues Asylgesetz, Gesetzgebung, sondern dann kann man doch, hat man doch Platz, kann man doch alle aus aller Welt aufnehmen, weil das sind doch eh alles Genies und alle sind doch Gold wert. Und das ist, wir müssen uns klar sein, damit haben uns die Sozialspartler manipuliert und die Naturwissenschaft sind die Aufdecker der Manipulationen, ja. Wir helfen Ihnen, liebe Bürgerinnen, dass Sie entmanipuliert werden, dass Sie die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, dieser vielen Sparten aus Ihren Köpfen rausschmeißen können. Dafür haben wir sogar die VIAT, die vorteilbringende Irrtümer-Aussterbenstherapie, was natürlich auch die parasitären Meme und die Killerviren des Geistes einschließt. Das schließt alles mit ein, ja. Ja. Als Wohlfahrt, als die Wohlfahrt, ja, am Anfang gab es noch keine Sozialspartler, da gab es nur die Wohlfahrt. Und als die Wohlfahrt dann zur Profession wurde, also zum Geschäft wurde, wurden die Sozialspartler genauso gefährlich für die Gesellschaften wie die Pharma-, Medizin- und Impfspartler. und dadurch wurden, ja, die Sozialspartler, ich glaube, wenn ich die ganzen Talkshows, Revue passieren lasse und auch die Beratung des Orga-Teams der Partei WIR 2020 und des Orga-Teams der FRAG-Partei, wenn ich das alles und auch die ganzen Talkshow-Gäste, mit denen ich mich rumschlagen musste, wenn ich die Revue passieren lasse, dann sehe ich, im Prinzip handelt es sich um Leute, mit denen ich da mich rumschlagen musste, die infiziert waren und durchseucht waren von den parasitären Memen und Killer-Viren des Geistes, die letztendlich zurückgingen auf die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler. Also ich kann sagen, die gefährlichste Instanz in der Welt sind die Sozialsparten. Die zerstören unsere Gesellschaften von innen her und erzeugen ganze Armeen von Sozialfällen, Arbeitslosen, Obdachlosen und so weiter. Also es gibt nichts Gefährlicheres als die Sozialspartler. Das ist das Resümee aus all den Talkshows der letzten Monate und so weiter. Ja, und dann müssen wir mal ein realistisches Bild von Wissenschaftlern herstellen. Wissenschaftler wandern durch die Welt, manche durch die Natur und bringen Beobachtungen aus der Natur mit in die freie Argumentekultur. Ja, in die Demokratie pur und so weiter. Und ein Beispiel ist, man beobachtet Löwen, man stellt fest, dass die Frauen meistens jagen und die Männer dann davon fressen. Also die Frauen füttern die Männer durch. Und das erscheint jetzt so, als wären die Männer, die großen, kräftigen Männchen irgendwie leistungslose Einkommensbezieher oder arbeitslose Einkommensbezieher. Die können wir doch einfach rausschmeißen, dann geht es den Löwinnen doch besser. Und genauso ähnlich machen all diese durch die Sozialspartler durchmanipulierten Geister genau so denken die. Wir können doch die Reichen und die Unternehmer und so weiter, die können wir doch triezen, denen können wir doch einen Kick geben, die sind doch so nutzlos wie diese Löwenmänner. Ja, aber dann gehen die Naturwissenschaftler hin und beobachten die Natur gründlicher. Und das hat eben letztendlich nur der Weltrat und die Next Scientists for Future in aller Gründlichkeit getan. und dann stellt man fest, ja hoppla, die Männer prügeln sich mit den Menschen, die kommen und die nichts anderes im Sinn haben, als die neugeborenen Babys zu töten, damit sie selbst dann möglichst schnell Vater neuer Babys werden können. Also gäbe es diese Menschen nicht und würden die Frauen die Menschen nicht durchfüttern und bei Kräften halten, dann würden ständig neue Männer kommen, die immer, bevor überhaupt auch nur ein Kind groß wird, würden die immer alle Babys töten. Und das würde für die Weibchen bedeuten, für die Frauen, die Löwenfrauen bedeuten, dass sie alle kinderlos blieben und damit, nach Adam Riese, aussterben würden, wie die Dinosaurier. Also hat die Natur schon richtig getan, dass sie die Fähigen in den Gruppen gut behandelt, weil sie auf sie angewiesen ist, auf die fähigen Löwenmänner, die fähig sind, so lange andere Männer abzuwehren, bis die Kinder endlich so groß sind, dass sie nicht mehr getötet werden können. Nicht mehr getötet werden. Und so haben auch unsere Fähigsten, unsere Unternehmer, unsere Reichen, unsere Milliardäre und unsere Arbeitsplätze schafft, einen großen Nutzen für uns. Aber die Sozialspartler mit ihrem Irrtum, alle Menschen sind gleich und sollten und so weiter und wir wollen alles gleich machen, mit diesen Irrtümern der Sozialspartler wurden wir manipuliert, die Fähigen, die Arbeitsplätze schaffen, für bedeutungslos zu halten und zu denken, die können wir einfach schöpfen und denen können wir einfach was wegnehmen und so weiter. Es geht eigentlich immer irgendwie bei diesen anderen politischen Konzepten immer darum, möglichst schnell den Reichen was wegzunehmen, als ob Geld alleine glücklich machen würde. Aber alle wirklichen Probleme werden nicht gelöst, nämlich wer hilft mir glücklicher leben zu dürfen, wer hilft mir gesünder leben zu können, wer hilft mir länger leben zu können, alles was mich wirklich interessiert, wird doch nicht durch Geld erfüllt. Ich bin sogar hingegangen und habe mich künstlich arm gemacht. Ich habe mittlerweile befinden sich in einem Tresor, weil ich ja die Tresormethode mit Tresormiteinwurf Methode verwende, befinden sich in einem Tresor meine Bankkarten sozusagen, sodass ich nicht an Geld rankomme, denn je weniger Geld ich zur Verfügung habe, desto leichter fällt es mir, mich gesund zu ernähren mit Gemüse und Obst und desto weniger bin ich von Essanfällen oder anderen Suchtaspekten geplagt und desto gesünder und glücklicher kann ich leben. Je weniger Geld ich habe. Also ich selbst habe gar kein Interesse an diesen 8000 Euro pro Jahr. Natürlich würde ich die mitnehmen für alle Fälle und würde das Geld dazu verwenden, Werbung zu machen für die Next Scientists for Future und so weiter, für den Weltrat, für gute Zwecke irgendwas damit zu machen. Aber für mich selber würde ich diese 8000 Euro pro Jahr ja gar nicht verwenden wollen. Und die anderen Reformer und Experten, die wollen gar nicht, die können und wollen gar nicht die Arbeit machen, aus der am Ende dann durch die Korrektur unserer Systeme und die Korrektur unserer Sparten am Ende dann 8000 Euro für jeden einzelnen Bürger plus bleiben, im Durchschnitt jedenfalls. Im Durchschnitt. Wir werden sicherlich nicht die Sozialfälle mit 8000 Euro zusätzlich überschitten, sondern alle die, die fleißig an dieser Gesellschaft mitarbeiten, die werden dann eben im Durchschnitt ca. 8000 Euro mehr bekommen. Und aber letztendlich die anderen Reformer, die unterscheiden sich eigentlich nur in einem Punkt. Die sagen, wir sind nicht in der Lage, Systeme zu reformieren, wir nehmen das Geld einfach direkt von den Reichen und geben es dann den Leuten, geben quasi die 8000 Euro pro Jahr direkt den Leuten in die Hand, ohne vorher wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Der Nachteil ist aber dann, was passiert. Schauen wir mal rein. Wenn ich einfach so direkt darauf zugehe und sage, warum soll ich groß reformieren, um dann 8000 Euro pro Jahr den Leuten zu geben, ich kann es doch einfach von den Reichen, von den Arbeitsplatz Schaffern wegnehmen und dann sozusagen hier dann hier einfach von denen nehmen und denen geben. Ja, Problem ist, die sind mächtig, die haben Milliarden, die können sich wehren, die können zurückschlagen, die können dagegen vorgehen und wenn sie nur damit dadurch vorgehen, dass sie ein paar Millionen in die Hand nehmen und ihr gesamtes Vermögen ins Ausland transportieren, wo sie dann von uns nicht mehr besteuert werden können, dann gucken wir in die Röhre, dann haben wir plötzlich einen Riesenmangel an klugen, fähigen, bauernschlauen, cleveren Arbeitsplätze Schaffern und man hat leider feststellen müssen, dass diese Leute hier nicht in der Lage sind, hochbezahlte und hochpreisige Arbeitsplätze schaffen zu können, weil sie nicht in der Lage sind, Innovationen entwickeln zu lassen oder selbst zu entwickeln, die hohe Preise auf dem Weltmarkt erzielen, wodurch man dann auch sozusagen, nur wenn man hohe Preise auf dem Weltmarkt erzielen kann, zum Beispiel für Mercedes Autos, dann kann man auch gut bezahlen, die Mitarbeiter und kann auch mit höheren Löhnen bessere Mitarbeiter zu sich herlocken, sozusagen. Also, diese Idee, wir schneiden quasi, wir nehmen den Reichen einfach alles weg und geben es den Armen mit dieser Robin Hood Mentalität, löst man nichts anderes als Gegenschläge der Reichen und Fähigen aus und die, das Mindeste, was die als Gegenschlag tun, ist, dass sie das Land verlassen und dann gucken wir alle in die Röhre und dann sind wir alle bettelarm, dann haben wir nicht 8000 Euro pro Jahr mehr zur Verfügung, sondern 8000 Euro weniger pro Jahr zur Verfügung pro arbeitender Mensch, ja, und das ist der Fehler des Ganzen, das ist der Irrweg, sozusagen, die Illusion, man könnte alle Probleme lösen, indem man einfach mal so eben von den reichen Arbeitsplätze, Schaffern einfach alles wegnimmt und umverteilt. Funktioniert leider nicht, ja, Professor Hans-Werner Sinn als ehemaliger 68er und ehemaliger Sozialist musste das eben auch erkennen, es geht so leider nicht, es funktioniert technisch einfach nicht, weil wir eben nicht, es sei denn, sie wollen jetzt, bevor irgendjemand was mitkriegt, blitzschnell eine Mauer rund um Deutschland bauen und die Reichen einsperren, ja, oder in Haft nehmen oder so, ja, dann müssen sie das tun, aber das, da werden auch die Reichen schnell genug flüchten können noch, ne, ja, es findet also ein nichtbewusster Infokrieg der Pharmamedizinspartler gegen die Gesellschaften statt, genauso wie ein nichtbewusster Infokrieg der Sozialspartler gegen die Gesellschaften stattfindet. Ja, und jetzt müssen wir immer mehr in den Fokus rücken, der nichtbewusste Krieg, der nichtbewusste Infokrieg der Sozialspartler oder Manipulationskrieg der Sozialspartler gegen die Gesellschaften. Es gibt also keinen größeren Feind unserer Bürger und WählerInnen als die Sozialspartler und das ohne böse Absicht. Die glauben ja ihre Irrtümer. Die glauben ihre Irrtümer und die bringen uns dann dazu, dass ihre Irrtümer, die in unseren Köpfen zu parasitären Memen werden, dass wir die auch glauben sollen. Und da hilft uns die Naturwissenschaft uns dann zu entmanipulieren. Im Prinzip ist es bei der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse Technik, wo ist sie? Im Prinzip ist es so, da ist sie, dass wir sozusagen hier eben vergleichen müssen nicht nur Frühärzte und Frühhändler, sondern auch die Frühsozialspartler, Frühpolizisten, frühe NGOs in einmal der wahrheitsorientierten Variante und der sich irrenden Variante, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, sich zwangsläufig irrenden Variante. Und dann stellen wir fest, dass wir im Moment, weil uns die positiven Anreize fehlten bisher, dass bisher sich massenhaft natürlich die sich irrenden Frühärzte, Frühhändler, Frühsozialspartler, Frühpolizisten, Früh NGOs ausgebreitet haben und uns durchmanipuliert haben mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern. Und eben die, weil es keine positiven Anreize gab, hatten die wahrheitsorientierten Frühärzte, Frühhändler, Frühsozialspartler, Früh Polizisten, Richter und so weiter und Früh NGOs keine Überlebenschance. Aber durch die positiven Anreize rücken die wahrheitsorientierten hier an diese Stelle und die hier wechseln, ändern sich und ändern von Irrtum zu Wahrheiten sich und dann kriegen wir eine ideale Gesellschaft. Und dann haben wir ganz am Ende 8000 Euro jährlich pro Arbeitnehmer oder pro arbeitende Person in der Gesellschaft und ja, dann geht es uns materiell sehr gut und wir haben viel mehr Wohlfühlen, viel mehr Gesundheit und viel mehr Langlebigkeit. Viele andere Experten und Reformer, mit denen ich ja auch in den letzten Monaten gesprochen habe in den Talkshows, in den Talksendungen, bei der Beratung der Parteimitglieder von Wir 2020 und FragPartei und so weiter. Viele andere dieser Experten und Reformer sind einfach nur Opfer der parasitären Meme oder Killerviren des Geistes, die auf die Vorteil bringenden Irrtümer der Sozialspatler zurückgehen. Besonders auf den Gleichheitsirrtum, dem ja dann eventuell danach auch der Gleichmacherei Irrtum folgt. Funktioniert einfach nicht. Wenn Sie alles gleich machen, dann nehmen Sie den Leuten den Anreiz dafür, Ihnen mehr Gutes zu tun als der andere weg und dann werden zum Beispiel staatlich finanzierte Ärzte, denen wird egal sein, was aus Ihnen wird, weil die kriegen ihr Geld ja sowieso. Gleichmacherei. Ich will aber einen Arzt haben, der motiviert ist, besser als der andere Arzt mir zu helfen, dass ich gesünder, glücklicher und länger leben kann. Die Wählerinnen ja anstatt sich um die Wählerinnen zu kümmern, manipulieren uns die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen dahingehend, dass wir die Tiere ah ja, jetzt habe ich den Gedanken, der hier steht. Genau genommen ist es so, es gibt ja sowas wie die Manipulation dadurch, dass man zum Beispiel in dem schrecklichen Dritten Reich im Nazitum, da hat man die Menschen manipuliert, indem man die Feinde gleichgesetzt hat mit irgendwelchen Kakerlaken oder Tieren oder so. Da hat man so eine Gleichheitsvorstellung erzeugt, ja unsere Feinde sind irgendwelche niedrigen ekligen Tiere. Ja, und die NGOs machen genau das Gegenteil. Die versuchen eine Gleichheitsvorstellung zu erzeugen, unsere Wählerinnen seien identisch mit den Tieren, allen Tieren der Welt, mit der Natur, mit der Erde und so weiter. und denn sie wollen uns ja dazu hin manipulieren, dass wir nicht Politik machen für die Wählerinnen, sondern dafür, dass die für, sondern wir, die wollen uns ja dazu bringen, dass wir der Spenden Erbettelei der NGOs dienen. Und deswegen drängen diese NGOs ja auch immer gerne in Parteien hinein, weil sie dann natürlich immer Politik durchsetzen wollen, bei denen eine Gleichheitsvorstellung aufgebaut wird. Ja, also sozusagen die Natur bekommt dann die gleichen Menschenrechte wie unsere Wählerinnen oder die Tiere sollen die gleichen Menschenrechte bekommen wie unsere Wählerinnen. Und das macht kein Tier. Kein Löwe behandelt seine Beute nach Löwenrechten. Ja, Löwenrechte gelten für Löwen, aber nicht für Beutetiere. Und dazu versuchen uns die NGOs zu manipulieren, dass wir die Tiere, die Erde und die Natur mit uns gleich setzen und sie denen quasi Menschenrechte einräumen. Ein Staat, der so etwas macht, wird immer ein scheiternder Staat sein, weil andere Staaten werden die Wählerinnen über die Erde, die Natur und die Tiere stellen und werden damit viel erfolgreicher sein als wir, die wir dann viel Geld dafür ausgeben, dass wir den Tieren der Natur und der Erde dienen. Wählerinnen werden also manipuliert, Geld zu geben für Medizin und Pharma Produkte für Nahrungsschrott für Waffen und für Sozialfälle und für viele Arme und für die armen Erde und für die armen Tiere und für die arme Natur überall werden wir manipuliert und wir die Next Scientists for Future wir klären die Wählerinnen auf und schützen sie davor vor dieser Manipulation Vorteilbringende Irrtümer führen zu einem Handeln als ob es eine Mafia oder Räuberbande wäre die die Menschen süchtig macht nach Geschmacksdrogen nach Alkohol Zigaretten Heroin und was auch immer also wir können sagen hier schauen wir es uns nochmal an ja es macht keinen Unterschied ob es eine Sparte ist ein Konzern ist der sich nur irrt und aufgrund seiner Irrtümer uns Schaden zufügt im antikooperativen mit seinem antikooperativen Anteil oder ob es sich um eine Mafia oder um eine Räuberbande handelt die kriminelle Lügen benutzt um uns zu manipulieren und uns abzuzocken das macht keinen Unterschied wir müssen für beide positive Anreize setzen sodass wir beiden die Beute wegnehmen egal ob aus Versehen oder mit Absicht und dann sozusagen ja das ist die einzige Psychologie die funktioniert alles andere ist Pseudopsychologie ist antinaturwissenschaftliche Psychologie sind psychologische Märchen was ich heute Ihnen gesagt habe ist sozusagen die einzige wahrheitsorientierte Psychologie des Menschen sozusagen also wir haben es noch um das dann nochmal zurück zu kommen wir haben es zu tun mit Entmenschlichungsvorgängen in der Welt und Vermenschlichungsvorgänge die Entmenschlichungsvorgänge waren ja unsere Feinde das sind Kakerlaken das sind ja das sind ja so ja das ist Entmenschlichung und die Vermenschlichung die wird von den NGOs betrieben als Manipulation nämlich Tiere sind Menschen die Tiere sind Menschen die Erde die Natur der Planet das das sind Menschen das ist Vermenschlichung als Manipulationsmittel ja und davor müssen wir die Wählerinnen schützen die Naturwissenschaft deckt also auf deckt die großen Manipulateure auf ja und um es nochmal kurz zu sagen Menschen sind Ressourcen Maximierungs Maschinen wie die Einzeller ja das habe ich aber schon geschildert jeder kämpft für sich auch wenn er andere liebevoll behandelt kämpft er letztendlich für sich weil er letztendlich dadurch dass er andere liebevoll behandelt gute Kooperationspartner gewinnt und mit ihnen gemeinsam gewinnt er in der Summe mehr Nahrung als wenn er sie nicht liebevoll behandeln würde ja und deswegen sind wir programmiert andere Menschen liebevoll zu behandeln nur hat uns natürlich haben uns die verschiedenen Sparten da hingegen manipuliert andere Menschen nicht mehr liebevoll zu behandeln weil man wir werden einfach kaufsüchtiger und konsumsüchtiger je einsamer wir werden ja die die gefährlichste Krankheit Krankheitsursache von allem die Einsamkeit das ist die Haupttodesursache von allem die kommt daher weil bis jetzt wir es zugelassen haben haben dass weil wir keine positiven Anreize gesetzt haben haben wir es zugelassen dass alle Sparten und alle Konzerne uns ohne böse Absicht meistens bis auf die Kriminellen aber ohne böse Absicht uns verwandelt haben in einsame kaufsüchtige konsumsüchtige unglückliche Singles tendenziell manche haben noch ein bisschen was an Restfamilien aber die die Masse ist schon eine sexuell verarmte Masse geworden was ich ja gestern berichtet habe ja und wir Naturwissenschaftler wir erstatten ihnen liebe Wählerinnen Bericht aus der Natur und wie die Wahrheit ist und wer alles versucht sie zu manipulieren und warum also sozusagen es ist nur ein Scheingebilde dass wir Menschen als Personen betrachten als Persönlichkeiten und als ja und das Geistige und das Seelische und das Psychische postulieren und und fantasieren und darüber träumen nein es handelt sich um Maschinen die bestimmten Naturgesetzen folgen und wir müssen Politik so machen so gezielt müssen wir positive Anreize setzen dass diese ganzen Maschinen nicht mehr den anderen schaden sondern wieder kooperativ werden sodass wir es am Ende nur noch mit einem kooperativen Anteil zu tun haben und im Idealfalle mit einem verschwundenen und nicht mehr existenten antikooperativen Anteil Darum geht es Mutation und Selektion stellen das zur Verfügung was es zur Ressourcen Maximierung braucht also Mutation und Selektion die Mutation für zuständige Veränderung der Organismen und irgendwann wird es Einzelne geben die besser an Ressourcen rankommen also besser sind in der Ressourcen Maximierung und die kriegen dann wieder viele Kinder und vermehren sich und die anderen werden wegselektiert und sterben aus wie die Dinosaurier und Mutation und Selektion stellen das zur Verfügung was es zur Ressourcen Maximierung braucht in einem schlechten System ohne positive Anreize sind das Irrtümer weil man mit denen große Erfolge hat und kriminelle Lügen weil man mit denen große Ressourcen Gewinne erzielen kann mit Wahrheiten kann man in einem schlechten System ohne positive Anreize keine Ressourcen Gewinne erzielen Irrtümer sind nur deswegen etwas besser weil man dabei das Selbstbild als Gutmensch aufrechterhalten kann und trotzdem parasitieren kann also als Schmarotzer tätig sein kann und die anderen Menschen aussaugen kann ja und ich habe es schon mal gesagt die anderen Experten und Reformer müssen wir die also in den Talkshows anwesend waren müssen wir als Manipulationsopfer verstehen ähnlich wie ähnlich wie Konzerne und Lobbyisten mit ihren Vorteil bringenden Irrtümern die Politik manipulieren oder oder Denken der Politiker manipulieren so manipulieren die verschiedenen Sparten auch viele Wissenschaftler und viele Experten und Reformer und diese Experten und Reformer tun ihnen liebe Basis Partei liebe Frag Partei liebe wir 2020 Parteien die tun ihnen nicht gut das sind die falschen Experten das sind manipulierte durch manipulierte Experten die ihre Irrtümer glauben aber die letztendlich zu einer schlechten Politik führen ja jetzt zeige ich Ihnen noch wie das dann in der Talkshow läuft in der Talkshow würde ich jetzt hier hingehen würde hier die Präsentation die ich Ihnen ja gerade gemacht habe beenden dadurch können sie jetzt ja zum Beispiel würden sie mich dann sehen und die anderen Talkshow Teilnehmer wo sie auch selbst sitzen könnten und ja und das war's mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute noch einmal zum Schluss das waren die neuesten News zu den Themen die Basis wir 2020 Bakhti Füllmich Schiffmann Köhnlein Reuter Rosen warum berichte ich so wenig über es gibt ja durchaus einige etliche neue Sendungen im Internet Fernsehen über die verschiedenen Personen aber das ist alles so unwichtig das hat nichts damit zu tun ob sich irgendwas in diesem Land ändert nichts von dem was diese Leute teilweise auch veröffentlichen hat irgendeine Bedeutung weil wir wissen doch alle alles mittlerweile schon lange ja und nichts davon wird es schaffen sozusagen dafür zu sorgen dass der Kurs dieses Staates sich in irgendeiner Hinsicht ändert die einzige Chance dass der Kurs dieses Staates sich ändert haben wir wenn wir die Wahlen gewinnen ich sage wir also entweder die Basis oder die FRAG Partei oder wir 2020 oder am besten eine Fusion aus allen dreien wenn die am 14 März die Wahl gewinnt und 5,0 Prozent bedeuten ein Gewinn 5,0 Prozent sind das was man anzielen muss schwer genug und dann werden wir so bekannt werden und die Next Scientists for Future zusammen mit der Partei dann so bekannt werden dass wir bei der Bundestagswahl vielleicht schon 28 Prozent erzielen oder 20 Prozent oder 15 Prozent mit 15 Prozent können wir als Koalitionspartner mitregieren und diese Reformen in die Politik einbringen als Koalitionspartner im Rahmen eines Koalitionsvertrages oder wir können mit 28 Prozent selber den Kanzler stellen und irgendwann bei der nächsten Bundestagswahl kriegen wir 56 Prozent und können allein regieren Darum geht's Das war's für diese wissenschaftliche Tagesschau heute Tschüssi bis bald Tagesschau 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 Tagesschau